Ich zeige euch heute eine Zunahme, die in vielen Anleitungen mit KfB abgekürzt wird. KfB stammt aus dem Englischen und bedeutet knit into front and back of the stitch. Das heißt, ihr sollt aus einer Masche zwei Maschen herausstricken. Dafür müsst ihr erst vorne einstechen, wie ganz normal zum Recht stricken und eine rechte Masche stricken. Die Masche bleibt aber weiterhin auf der linken Nadel. Jetzt wird erneut eingestochen, diesmal hinten. Ihr holt den Faden wieder durch und lasst alles von der linken Nadel gleiten. Das ist ein KfB. Ich zeige es nochmal. Von vorne einstechen, Faden holen und durchziehen. Masche aber auf der linken Nadel lassen. Wieder einstechen, diesmal hinten. Faden holen, durchziehen und von der linken Nadel gleiten lassen. KfB geschafft! KfB- KfB-